So, willkommen zur nächsten Folge. Wir schauen jetzt dort zum Outpost. Ich hoffe jetzt mal der Wargkorn auf uns. Das haben wir hier auch schon mal gemacht. Ach, Quart jetzt. Jemanden gegangt. Muss ich bloß Ausschau halten. Irgendjemand da ist. Beziehungsweise eine Meerjungfrau da ist. Schaut nicht so aus. Wenn mich ich derjenige wäre, ich würde mein Schiff versenken und auf den nächsten Idioten warten, der vorbeikommt zum Abgeben. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Alles auch schon gemacht. Das schaut ganz gut aus. Also ich sehe keinen Rauch. Vielleicht der andere. ist auch weg. Okay, dann schauen wir vor. Dann schauen wir vor und hoffen, dass er nicht da ist. ein Haufen Gold dabei. Ich glaube, sehr viel Gold dabei. Das wäre natürlich echt krass, wenn der jetzt irgendwo auf uns wartet. Ah, ich glaube es nicht. Ich glaube, der ist rausgegangen. So. Sieht ganz gut aus. ein bisserl gas geben ok Ok, versuchen wir es Ruhe des Kapitäns Schaut gut aus, ist keiner da, so wie es ausschaut 780, supergeil supergeil da hinten ist der andere ein Boot, ein Schiff Geh mal weg da Fast Gut, dann gehen wir jetzt gleich mal den Rest ab Licht machen Man sieht ja gar nichts Ruhe des Seafathers Seile oder Vulkangestein Vulkangestein, gehen wir erstmal ab Genau bei dir Geht das von oben nicht? Na gut 185 Ist ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte Ey, bin durchgestackt Ist auch geil Bin durchs Dach gestackt Und dann versuche ich aufs Dach drauf springe 595 Goal Gehen wir jetzt wieder aufs Dach Ah Über Das hier Passt War jetzt super geklappt Hat's ja Egal So Jetzt noch den Rest abgeben Eine tolle Seite zum Beispiel Die Ich habe schon abgegeben Okay Dann noch die Platzkiste Und oben aber noch eine Kapitänsruhe Quellennest Ha 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 Ost So So Und das haben wir schon Und Hepp Am einfachsten Einfach Runterspringen Warten wir sich ein bisschen Zeit Nice 937 So und jetzt komme wer wolle Ist mit dir da hinten Ist mit dir da hinten ne Er ist auf der Nachbarinsel Den können wir überfallen Ah Glaub den überfalle ich jetzt nicht Ich habe noch ein paar Quests offen Das können wir eigentlich machen Das können wir eigentlich machen Voll fies Äh Wir schauen mal vorbei Vielleicht hat er ja gar nichts Das andere haben wir auch noch Gold Decay und Und Will das Bounty Bounty Wo wir vorher waren Wo wir vorher waren Gut Gut Dann schauen wir mal Vielleicht hat er ja schon was schönes für uns Kann der sein Leicht Kann man ja brauchen Ja Jetzt geht die Sonne auf Das heißt Der könnte uns bald sehen Ich nehme schon mal die Kanonenkugel in der Hand Und Schöpfungskugel Das ist geil Mal schauen wo ist er denn 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 Ich will leider gegen den Wind fahren. Fast dauert er ein bisschen länger, bis ich zu ihm komme. Könnte uns sehen. Ist er an Bord? Nö. Ich glaube nicht, dass er an Bord ist. Nee. Nee. Ich will hoch. Ich bin Blut im Wasser. Ist er hier irgendwo? Oder ist er nicht? Wir drehen uns Abreisefertig schon mal rum. Schau mal vorbei bei ihm. Schau mal vorbei. Hat was es gibt. Ist nichts. Ist auch nichts. Ah, ich bin voll. Oh, Handelsquest. Gott. Handelsquest. Los mit dem. Ich mag den Handelsquest zusammen. Der ist irgendwo unterwegs hier. Okay. Also, ich sehe ihn nicht. Er hat leider gar nichts drauf auf dem Schiff. Schade. Ah, geh wieder. Das war leider ein Rennfall. Aber es hätte er sein können. Oh. Okay. Oh. Wo müssen wir hin? Südlich. Ich habe die Totenköpfe vergessen. No. Die Totenköpfe vergessen. Aufzugeben. No. So dumm. Okay. Okay. Man muss ja finden, für die Totenköpfe später nur abgeben. Irgendwo bei... Irgendwo bei... Ok, im Norden. Na, das passt eigentlich ganz gut. Dann können wir wieder rauf fahren und dann die Sachen abgeben. Ist das ein anderes Wrack oder ist das von vorher? Das ist ein anderes, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau. Ich bin dann später sowieso noch mal vorbei. Dann können wir mal schauen, ob das vielleicht noch ein anderes Wrack ist. Könnte es sein. Könnte eventuell sein. Oh, Mist. Aua. Au. Wir fahren eine Insel und dann hört er hoffentlich auf. Okay. Ich glaube, er hat aufgehört. Wenn wir vorher in der Luft waren. Am Strand praktisch. Da war es kein Problem. Er ist mir vor Wasser reingekommen. Wasser, 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 Wasser. Das machen wir zu. So. Und dann hat er wirklich aufgehört. Ich hatte recht. So. Oben war es kaputt. Oben nicht. Na, mein Freund. Und. Wir müssen mal ernstes Wörtchen mit dir reden. Erst einmal hier ein bisschen näher ran von. Ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Schauen wir. Hier gibt's. Hier gibt's. 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 Bei den Typen killen. Hallo, mein Freund. Hallo. 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 So. Hier sind Kanonenkugeln drin. Oh. 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 Er hat gerade frisch gespawnt. Habt ihr's gesehen? Oh. Boah. Das war knapp. Wow. Das war wirklich knapp. Wo ist denn der Skelett hin? Egal. Hier haben wir ne Quests. Wanderer's Refugee. Refugee. An dem einsamen, seichten Grab des Meuterers gehen Südosten. Okay. Was ist denn die Taufel? Südosten. Südost ist hier. Skelette bleiben oben, so wie es ausschaut. Ganz brav. Echt brav. Ja, da ist es. Seht doch halt. Das See. Einsames Grab. Einsames Grab. Einsames Grab. Gehen. Und wo aus? Von wo aus? Wahrscheinlich hier in der Irgend irgendwo. Und zumindest mal Ruinen. Und eine Glocke. Da ist nochmal Kanone. Okay. Einsames Grab. Ähm. Einsames Grab. Gehen Südosten. Hühnchen. Hühnchen ohne Ende. Hühnchen ohne Ende. Hier war ich doch schon mal. Da unten gibt es nämlich eins. Da. Das ist kein einsames Grab. Zwei Liebenden. Das haben wir schon mal gehabt. Zwei Liebenden sind das. Ähm. Um fünf Schritte gehen Südwesten. Drei. Drei. Fünf. War doch nicht das Grab, oder? Ne. Das war das Liebenden Grab. Matipa. Einen wunderschönen Nachmittag. Servus. Ähm. Ich bin gerade bei der Schatzquest. Und. Mein Gott. Geil. Ähm. Ich suche gerade ein Grab. Ein einsames Grab, gell? Und ich habe die Quest erst letzten Sonntag, glaube ich, gehabt. Vor zwei Wochen. Das ist das Grab der Liebenden. Aber es ist der einzige Grab, das ich gefunden habe. Und hier ist aber ein einsames Grab. Sehe ich gerade. Mit so. Drakeninschrift drauf. Ich glaube, das ist es. Weil das ist der Typ da, der ist ganz einsam. Ich glaube, das ist es. Fünf Schritte gegen Südwesten, hat er gesagt. Ah, da ist aber ein Fels. Ah, das könnte aber sein. Ja. Ja. Hier kommt das Skelett. War es aber, glaube ich, auch nicht. Hallo. Ja. Ich glaube, das ist es. Hier ist es irgendwo. Muss es eigentlich sein? Noch nicht. Auto schießen. Tifa, was hast du so gemacht haben? Tag der Deutschen Einheit. Einen wunderschönen Feiertag, wie ich finde. Richtig schön chillig. Ich habe die Woche nämlich Frühschicht. und da bin ich ganz froh, dass dann mein Tag weniger ist. Ja. 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 Ja.